hallo ha liebe damen und herren voll verschissen willkommen hier zum neuen overwatch let's play letztes spiel hatten wir training gehabt heute habe ich ja versprochen spielen wir etwas ich habe mir da diesen trailer angeschaut ist in ordnung um ich hatte ja so ein bisschen trainiert wie es um die waffen und was geht und deswegen wegen bis jetzt einfach schnell suche ich hatte mir diesen hält hier ausgesucht Reinhardt hatte ich mir glaube vorgenommen dass ich mit diesen erst mal anfangen und ja wobei glaube ich den sogar normal trainings bereich tutorial trainings bereich dann gehen wir doch erst noch mal zum training genau stimmt ja hier war ja noch was ok liebe damen und herren spielen wir gleich und machen hier erst mal ein bisschen training die haben recht die wissen ja bestimmt was zu tun die leute hier von overwatch und ja ok versuchen wir jetzt so jetzt gehen wir mal hier auf Reinhardt bestätigen sie jetzt ihre wahl um zum ausgewählten helden zu wechseln mhm der trainingsbereich steht ihnen jetzt offen sie können gern immer wieder hier zurück um verschiedene helden auszuprobieren oder ihre friedlichkeiten zu trainieren mhm mhm wenn sie fertig sind können sie den trainingsbereich jederzeit verlassen das ist sehr schön es ist sehr schön es ist sehr schön reinhardt ist mir da echt ein bisschen zu wüsten aber wir checken mal jeden durch ok die ist ganz wie heißt die d.va oder va Reinhardt pro Tag Winstern Rücken was hat es war ja nur der ist jetzt nicht unbedingt schlecht Ui den finde ich gar nicht so schlecht in Kien ach du Scheiße ja hier sind schon geile helden mit bei ah fortnet hat sich also den von overwatch kopiert aha jetzt wissen wir bescheid war hier ruhigbar so oder so ja sind schon ganz geile sachen dabei muss man ja mal genau den habe ich mir geholt Windham ne wie Widowmaker genau Priekete ja ja sind schon ganz geile sachen dabei ne fange ich jetzt erstmal mit der Reaper ne mit dem hier Genji ja der ist ganz witzig also jeder hat sogar seine eigene Waffe aber ich finde der macht jetzt nicht so viel Schaden damit geht jo na ich zock grad ne runde overwatch so Trainingsbereich ist ja kein Problem ne blut ne blutblase ja aha nein ich mach grad nur ne aufnahme overwatch hier ein bisschen ja liebe Damen und Herren ich hab ja vergessen zu erwähnen wer hier alles dabei ist also mit dabei ist joe komisch und zocker also falls ihr die hört die sind auf jeden fall dabei weiß ich halt nicht immer ja ähm ich wollte schon gerade sagen naja ich mach grad nur ne aufnahme also das ist ein videoclip ja ich meinte soll ich so machen und jetzt noch nicht hören puh kannst du musst du aber nicht ich weiß nicht ob man das ist egal ich denke mal wenn du deine Stimme auf immer zu lassen drin hast Loll also mit Genji ist dann doch etwas schwierig aber wenn man sich dran gewöhnt hat so für schnelle Sachen und sowas was ich hab mal ne Frage ich hab mal ne Frage ich hab dir das was was ich hab dich nicht gehört ich hab' da was ein neues Tor ich hab' da ich hab' da ich hab' da so ach so du musst dich in deinem stadt ach so dann gehe ich mal erst mal weg und wechsel den helden gehe ich mal auf rückbar was andere frage was soll mir denn gehört also was soll mir denn so richtig hat man es nicht joker hast du was gehört leicht kubanischen cube zum beispiel so ich bin gerade am fahren im rett in rett die welt die waffen die ich in meinen missionen spiel sind scheiße teuer breitkor effiziente mechanik teile breitkor sunbeam und effiziente mechanik teile reaper ist schon gar nicht mal so schlecht liebe damen und herren haben wir also so mein gott so warte mal um spielen zu können ja mal hier auf schnell suche so training gegen kai ok dann machen wir mal mittel ja alles klar ah ok Äh, okay. Kann man hier auch schwimmen? Oh. Ja, okay, das konnte ich ja nun wirklich nicht ahnen. Ah. Meine Aufgabe ist noch nicht erledigt. Ich finde es ein gutes Angebot in Schraub. Also du es so kann man. Oh. Ja? Ich finde es ein gutes Angebot in Schraub. Welches? Es gibt nur zwei Lamas, die sich schon. Die anderen kannst du wegwerfen. Oh, okay. Komplett nutzlos. Ist komplett nutzlos, kaufst du nicht. Weil du da nur Müll rauskriegst. Wenn ich das geile ist, kauft ihr entweder einen allerlei Lama, super Anhänger-Lama, oder vergiss es. Ja. Ja. Achüt. Ja. 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 I'm sorry. Ja. Ja. aha reinhardt ist nicht schlechtiger ja das war ganz schön knapp das war ja schon mal naja naja so liebe damen und herren jetzt spielen wir eine runde online hallo alex liebe damen mit dabei ist auch noch der alex ja also jetzt ist hier mal feierabend hallo meine lieben ja schon hat eine runde auf dkw und ich habe gehört wir spielen jetzt erst mal vor machen wir gleich ich bin nur noch die runde zahlen das ist ja kam zwei stunden ja ich war noch im kino wo aquaman geschaut es ist jetzt eigentlich nur deine neue freundin oder noch nicht wem mein set die heute mitgekommen ist ja so also noch nicht richtig aber ja 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 also sie meint ja was wir haben geändert ja ja eigentlich kann man schon ganz gut klar so ist schon ganz süß war auf jeden fall schön kino ist immer was interessantes und du hast den typen getroffen der den auto da der sich verfolgt hat wir haben ja wir haben wir haben wir haben wir haben ja haben mal film liga kann ich mal empfehlen und außer dass er fast drei stunden geht der erfüllt junge die effekte hat es wirklich gut gemacht ja und die story ist auch wirklich nicht langweilig also ich habe gesehen ab stüttel 10 sind 600 ich brauche noch 300 aber ich habe gesehen ab stüttel 10 sind 600 ich brauche 4.000 pro upgrade wie viel passen bei dir im speicher also forschungspunkte ich schau gleich ich bin nicht gerade mechanik teils waren weißt du wie teuer so eine 130er waffe ist nee aber ich schätze mal teuer also du kriegst da ich darf für nur 130 kraft bekommst du schon wenn du guten handelspartner ist an 36 malachit dran pro waffe was bekommst du da 36 malachit 12 malachit pro 82er waffe ja moin was ist lucky ich habe den vorteil ich kann schon 100 zonen spielen und erze kriegt man relativ geil wenn man jemanden hat der dir hilft ok weil ich mit meinem level verkackter komplett na also wie ich habe jetzt hier schon drei sachen auf level 10 gelevelt hier bei meinen bei der forschung fehlt nur noch eins ich würde mal sagen map ist abgefahren ich lief jetzt erstmal und lese vor was ich vorlesen muss oha na dann lese mal ich guck mal ob ich hier irgendwas neues habe ne eigentlich so liebe damen und herren jetzt spiele ich diesen super twin skin ui quatscht er schon wieder ach nee john sollst du nicht hausaufgaben machen john ich hatte keine auf immer noch hausaufgaben machen in der freiem bus genau deswegen ey oder nach pause was los welche zahl steht bei dir ok welche zahl steht bei dir unter leben und angriff oder drüber ist ja wurscht wie das wolle ist warte 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 ich habe warte bei forschung ja aber forschung angriff steht da level 10 17 und da unten steht kondition und konditions regeneration von 17 prozent plus sechs gruppe ne ich will nur die zahlen wissen die oben auf dem feld stehen boah ich glaube ich habe grad zwei drei neue bei level 10 und 17 und bei angriff auch 10 17 resistenz 10 17 und bei tech steht 9 9 aber dann kriegt er bei der lösung ich weiß es gar nicht mehr doch kannst du machen wer ist mir denn jetzt schon wieder beigetreten hier sind alle stress hier ich kann mir jetzt schon denken ey wie seht'n das eigentlich wo seh' ich meine party warte mal wir können ja schon mal eine mission von mir machen ich muss achja ohja also sowas kann ich leiden ey gleich rauskicken keine lust auf so nen scheiß ne 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 pass auf ich habe jetzt hier verstörende simulation spüren spüre spüre ich muss jetzt simulation ich muss ein labor aufspüren dafür könnten mehrere missionen nötig sein lausche nach funk sprüchen für wie heißt die mission und welches gebiet das ist im plankathon auftragseite 2 verstörende simulation darunter kriegt man in den seltenen überlebenden vor stadt industrie oder stadt sohn okay das muss ich ja das ist bei mir an wir gehen in eine high level mission ich schließe missionsziel ab du deine quest farmst ein bisschen kriegst den geilen missionsloot oder sind glücklich oder so wenn ich da reinkomme also wenn wenn es geht vom system her kann ich mitnehmen muss dann die gruppe privat stellt rechte mission start deswegen ist das wie bauer die radaster ich baustelle die tür ihr kriegt 30 40.000 ski snipe jetzt zum beispiel die anderen mission ficken euch weg weil jetzt hier zerstören die lager nehmen schwierigkeit 100 und die gegner explodieren und fügen dabei 50.000 schaden zu bei der mission die amort der will weg jung oder muss sie aber damit ja nur am liebsten vornehmen ich habe dich so ein baby zu haben wie böse an und du kippst nur drum ja ich habe das erste mal alle ein bekommen wenn ich nicht die in erlaubt doch einfach ein wie hast du schon habe ich dich habe ich dich bei den streamen bei apple da schaue ich gerade auch also nicht so aus kannst du schon auf die map schauen bei dir oder was wird hier bei der map gezeigt warte ich muss nicht mal bei epic irgendwie hinzufügen sonst hautet hier nie hin wenn du oben auf karte gehst wird dir die weltkarte angezeigt oder die von twine peaks ok wenn jeder bereit ist einfach bescheid geben starte ich was muss ich sogar noch mit belohnung skizzen p schwierigkeit 94 94 hat er mich hart rasiert ja ist die frage sollen wir jetzt gute waffen nehmen oder eher nicht weil wir verrechnen ja eh nur aus dem egal egal welche waffen ihr nehmt ihr werdet wahrscheinlich wegen am blitzlevel eh kein schaden austeilen so liebe damen und herren also man sieht unsere mannschaft hat gewonnen ich weiß bloß nicht so richtig highlight des spiels ja wir machen sie alle highlight als ich habe hier mein deko katana der ist aber ganz schön dieser typen alex hole definitiv overwatch steht ist das richtig cool warte mal wartet mal alles jahres kurz warte ist ja jetzt schon wieder los warte liebe damen und herren das war es auf die gipfel erst mal nur und hat ideen sicher wie gehen sie ja noch aus ja ich muss jetzt hier arbeiten keine zeit für irgendwas probier mal zum spaß ein auto abzubauen in dieser zone so liebe damen also wir sehen uns im nächsten folge overwatch haut rein ciao